Willkommen zurück! Nachdem du nun verstanden hast, wie du das Virtual Joystick Pack hier in deine eigene Szene integrieren kannst, mithilfe eines Prefabs und dem Can-Voice, werden wir in dieser Folge einen 2D-Charakter mithilfe des Joysticks bewegen lassen. Zuerst einmal benötige ich einen 2D-Charakter, um diesen dann letztendlich auch steuern zu können, also Grafiken eines 2D-Characters. Dazu nehme ich bei OpenGameArt diesen Cowboy hier, direkt einmal auf die Grafik klicken, dann können wir diese herunterladen und ich importiere die Grafik auch direkt in meinen Assets-Ordner. Das ist jetzt hier, hier haben wir die Grafik im Assets-Ordner und hier handelt es sich jetzt um ein Sprite-Sheet. Das bedeutet, die komplette Animationskette dieses Charakters befindet sich auf einem Blatt Papier in einer Datei. Solltest du jetzt die gleiche Datei verwenden, dann selektiere diese. Hier bei Texture Type, da wählst du anstatt Default Sprite 2D and UI. Danach klickst du auf Apply und schon sollte das hier unten etwas anders aussehen, also nicht mehr so zusammengequetscht. Ich habe jetzt hier eine Grafik mit den einzelnen Animationsclips. Das heißt, bei Sprite-Mode wähle ich nicht Single, sondern Multiple. Danach wieder auf Apply, damit das übernommen wird. Und jetzt kannst du den Sprite-Editor verwenden. So, Sprite-Editor, hier bei Slice machen wir Automatic und Slice. Dann wird das hier zugeschnitten und die einzelnen Charakter sollten hier auch direkt erkannt werden. In diesem Video geht es primär um die Steuerung mit einem virtuellen Joystick. Das heißt, ich klicke hier auf Apply. Und ob der Animationsclip jetzt einwandfrei passt, das soll jetzt erst einmal egal sein. Ja, und mein Sprite-Sheet, das hat jetzt hier diese verschiedenen Animationen. Das bedeutet, ich kann das nehmen und in meine Szene platzieren. Ich nehme das Sprite-Sheet und ziehe es auf die Hierarchie. Das kannst du auch tun. Und dann befindet sich die Grafik hier in deiner Szene. Solltest du die Grafik nicht finden, weil sie beispielsweise zu klein ist, dann mit einem Doppelklick einfach auf dieses neue Game-Objekt klicken. Dann wird das hier auch direkt angezeigt. Wichtig ist jetzt aber die Game-View, denn das wird von der Kamera eingefangen. Lass dich also nicht von diesem Can-Voice hier verunsichern, denn der Bereich des Can-Voice hier, also diese Benutzeroberfläche, die hat nichts mit der Kamera zu tun. Die Kamera befindet sich nämlich hier. Also wenn du die selektierst, dann siehst du, dieser Bereich ist der Bereich, den die Kamera einfängt. Also Doppelklick auf die Kamera, siehst du, dieser Charakter, der wird jetzt hier auch automatisch eingefangen. Denn durch das Ziehen auf die Hierarchie hat sich dieses Game-Objekt direkt bei der Position 0, 0, 0 letztendlich dann auch platziert. Wenn du direkt auf Play klickst, dann siehst du jetzt auch, der Charakter bewegt sich bei mir nicht. Und das liegt daran, weil ich durch das Ziehen dieses Sprites hier unten wirklich nur den ersten Frame verwendet habe. Also sieht man auch am Namen, Player, Klammern 2, unterstrich 0. Das ist dieses erste Bild und ich müsste für die Animation die komplette Kette hier letztendlich markieren. Das heißt hier Play-Modus verlassen und die Grafik noch einmal löschen. Rechtsklick, Delete. Und ich nehme die komplette Animationskette, das heißt über diesen Pfeil, die Kette hier öffnen, ersten Frame, erstes Bild hier selektieren, Großschreibtaste drücken, also Shift-Taste und letzten Frame, letztes Bild markieren. Jetzt haben wir hier alle Grafiken und per Drag & Drop ziehen wir das nochmal auf die Hierarchie. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Hier wird auch direkt ein Animationsclip erstellt. Ich nenne das jetzt hier nur einmal Cowboy Animation. Speichern. Jetzt haben wir den Charakter wieder hier, gleicher Name. Aber wenn du jetzt auf Play klickst, dann wird auch die Animation letztendlich abgespielt. Okay, und damit du jetzt dieses 2D-Sprite hier steuern kannst über diesen virtuellen Joystick, musst du dich hier in dein Script begeben. Das heißt ja bei mir Player Movement. Wir haben hier unser Script. Ganz wichtig, das Script hängt derzeit am Spieler, also an diesem leeren GameObject. Dieses leere GameObject löschen wir einmal. Rechtsklick, Delete, das war ja nur zum Testen. Und dieses neue Player GameObject hier, das nennen wir vielleicht einmal direkt Player. Und hier an diesem Player GameObject befindet sich jetzt ein Sprite-Renderer und ein Animator, denn so wird die Grafik dargestellt bzw. animiert. Und hier fügst du jetzt das Script hinzu, also das Player Movement Script, denn genau diese Grafik, diesen Cowboy möchten wir mit unserem virtuellen Joystick bewegen. Das heißt, du klickst auf Add Component, begibst dich dann zu Scripts und hier wählst du wieder Player Movement. Das ist an sich nichts Neues, denn das haben wir in der letzten Folge schon getan. Jetzt hier noch den Joystick verlinken, nicht vergessen, Fixed Joystick, okay. Geändert hat sich jetzt dadurch nicht viel, denn über den Joystick können wir immer noch nicht unseren Charakter bewegen. Und das liegt daran, weil wir in unserem Script noch nicht auf die Transform-Komponente zugreifen und die Position letztendlich verändern. Das machen wir jetzt einmal, also hier in diesem Script. Da schreibst du bei Update, also die zwei Zeilen sind eigentlich nicht mehr so wichtig. Ich kommentiere die einmal aus, du kannst die aber gerne in deinem Script erst einmal belassen. Hier erstellst du dir einen neuen Vektor, denn dieses Joystick Horizontal, also wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, dass sich der Player hier entsprechend der x-Achse bewegen kann, also sowohl nach rechts als auch nach links, also im positiven Bereich der x-Achse als auch in den negativen Bereich. Und damit wir das realisieren können, werden wir dieses Joystick Punkt Horizontal benötigen. Joystick Punkt Horizontal gibt uns eine Fließkommazahl zurück zwischen minus 1 und plus 1. Und diesen Wert werden wir jetzt weiterverwenden, also wir werden diesen in einen Vektor umwandeln. Warum tun wir das? Naja, wenn du dir die Transform-Komponente einmal genauer anziehst, also dieses Position werden wir dann manipulieren. Und dieses Transform Position besteht immer aus einer x-, y- und z-Achse. Das heißt, wir benötigen hier einen dreidimensionalen Vektor. Er stelle dir also hier oben eine neue Variable, publicVektor3, moveVektor, nenne ich diesen jetzt einmal, und diesen Vektor weißt du hier unten im Update zu. MoveVektor ist gleich, wir möchten ja die Richtung frame by frame, also Bild für Bild aktualisieren, denn wenn der Spieler den Joystick verändert, dann soll natürlich auch der Cowboy die Grafik in unserem Spiel die Richtung ändern. Also, moveVektor ist gleich, und um so einen Vektor zu erstellen, schreibst du hier newVektor3, und jetzt hast du hier in diesem Vektor3 insgesamt drei Werte, x, y und z. Ganz wichtig, ich sagte ja, wir möchten den Cowboy hier entsprechend der x-Achse bewegen. Wichtig dabei ist, wie deine Kamera ausgerichtet ist, denn solltest du deine Kamera beispielsweise gedreht haben, dass das Ganze von oben sichtbar ist, dann kann es auch sein, dass es bei dir die z-Achse ist, bei dem sich der Spieler dann bewegt. Also, das vorher testen, sollte es aber die x-Achse sein, dann verwendest du hier bei Vektor3 als Inhalt, die vordere Zahl ist letztendlich dein Joystick.horizontal, und y und z möchten wir nicht verändern. Wir möchten wirklich den Spieler jetzt erst einmal nach links und nach rechts bewegen. Also, 0 und 0. Das heißt, y-Achse und z-Achse bewegen wir nicht, z-Achse wäre in die Tiefe. Das ist für uns sowieso nicht relevant, denn wir haben einen 2D-Character. Okay, und nachdem du diesen Move-Vektor erstellt hast, weißt du diesen noch dem Spieler hinzu. Das heißt, du verlinkst auf den Spieler, entweder du erstellst hier oben eine Public-Variable und verlinkst dann den Spieler. Sollte dein Script aber direkt am Spieler sein, so wie es jetzt hier bei mir ist, musst du das Ganze nicht verlinken, denn das Script hängt bereits an diesem GameObject, und du kannst hier schreiben GameObject, und zwar klein geschrieben, denn dadurch zeigst du auf das GameObjekt, an dem das Script hier hängt, Punkt Transform. Wir möchten die Transform-Komponente ändern. Punkt Translate. Hier gibt es eine Methode, moves the transform in the direction and distance of translation. Das verwenden wir und hier übergeben wir jetzt den Move-Vektor. So, jetzt testen wir das einmal. Ich klicke auf Play. Hier haben wir den Character und hier haben wir den virtuellen Joystick. Ich bewege den Joystick nach rechts und der Spieler läuft hier auch direkt nach rechts. Siehst du, die Bewegung ist ziemlich schnell. Das werden wir gleich einmal ändern, indem wir eine Speed-Variable hinzufügen. Eins ist aber wichtig, wenn du den Spieler hier veränderst bezüglich der Geschwindigkeit oder bewegst, also so etwas wie Transform.Translate verwendest, dann macht das Sinn, das Ganze in Fixed Update zu packen. Hier bei Update passiert das Ganze immer in Abhängigkeit zu den Frames, die dem Spieler zur Verfügung stehen. Das heißt, ein Spieler mit 120 Frames würde sich schneller bewegen als ein Spieler mit 30 Frames. Das möchten wir nicht, daher schreibe ich hier Void Fixed Update. Da passiert das Ganze nämlich immer zu einem festgelegten Intervall und hier kopierst du diese Zeilen nach unten. Das bedeutet, dieses Move-Vektor lassen wir hier oben. Das wird zwischengespeichert. Das kann in diesem Update hier bleiben und im Fixed Update haben wir hier dieses Translate. Okay, und da sich der Spieler sehr schnell fortbewegt hat, könntest du jetzt hier noch eine Speed-Variable hinzufügen. Also hier oben Public Float Speed und diese werden wir dann im Inspektor festlegen. Das heißt, du machst hier Move-Vektor und multiplizierst das Ganze mit dem Speed. Okay, dann kannst du hier im Inspektor auch auf den Player klicken und die Geschwindigkeit hier festlegen. Das Feld sollte gleich erscheinen. Hier hast du Speed, derzeit auf 0. Das bedeutet, wir könnten den virtuellen Stick hier nach links oder nach rechts bewegen und es passiert nichts. Vielleicht ein Move-Speed von 0,2. Testen wir das einmal. Das hängt wirklich davon ab, in welchem Bereich deine Kamera einfängt, also wie viele Einheiten das Ganze hier sind. Das siehst du auch an dem Raster der Sehne hier. So, jetzt bewege ich den 3D-Stick hier einmal und dann läuft der Spieler hier hin und her. Die Animation ist jetzt hier ziemlich ruckelig. Es sind hier auch Animationsclips wie beispielsweise Idle oder Jump mit integriert. Aber in diesem Video kümmern wir uns jetzt nicht um die Animation beziehungsweise um diesen 2D-Charakter, sondern rein um diesen Virtual Joystick. Wenn du jetzt den Charakter natürlich auch nach oben oder nach unten bewegen möchtest, dann kannst du das hier auch mit hinzufügen. Das heißt, beim Move-Vektor, hier ist ja der Y-Wert, also wir haben XYZ-Wert, da kannst du jetzt das Vertical hinzufügen, also Joystick.Vertical und schon bewegt sich der Charakter hier auch nach oben beziehungsweise unten. Kommt also ganz auf deine Spielmechanik an, ob das hier überhaupt Sinn macht. Okay, und auf diese Art und Weise könnte der Charakter jetzt hier auch mit Objekten kollidieren. Das heißt, wenn du diesem Player einen Box Collider geben würdest oder irgendeinen Collider, das ist jetzt eigentlich vollkommen egal, PhysX 2D, nehmen wir hier einmal einen Box Collider und ich füge noch ein zusätzliches 2D-Objekt, ein Sprite hier hinzu. Machen wir als Sprite einmal das hier. Dann geben wir diesem Hindernis noch einen Circle Collider. Soll jetzt nur einmal als Beispiel sein, deswegen mache ich das Ganze ein bisschen schneller. So, und wenn wir das jetzt testen, dann wirst du sehen, obwohl beide über einen Collider verfügen, kann der Cowboy jetzt durch dieses Objekt hier hindurchlaufen. Das lässt sich verhindern, wenn du jetzt diesem Cowboy noch einen Rigid Body gibst, also eine physikalische Komponente. Du selektierst den Player, Add Component, Rigid Body 2D, also das findest du auch hier bei PhysX 2D, Rigid Body 2D, der unteren Hälfte. Nicht vergessen, dass du hier Gravity Scale deaktivierst. Solltest du das bei deinem Spiel jetzt hier schon über Box Collider gelöst haben, dann musst du das natürlich nicht tun. Ich mache das jetzt nur einmal hier, weil ich keinen Untergrund habe. Und wenn ich jetzt gegen diesen Kreis, hier laufe, dann kollidiert der Cowboy auch mit diesem Objekt. Okay, wie du siehst, so kannst du dir deine Logik erstellen für deinen 2D-Charakter, für dein 2D-Spiel, um mit diesem Virtual Joystick Pack letztendlich die Steuerung zu realisieren. Wichtig dabei ist, dass du in deinem Script dann auch einen Vektor dir erstellst und in Abhängigkeit dazu den Wert Horizontal und Vertical für die richtige Achse verwendest. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du mithilfe des Virtual Joysticks einen 3D-Charakter steuern kannst. Freu dich also schon einmal darauf. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020